So, da sind wir wieder und wir haben gerade unseren ganzen Ramsch weggelassen. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt in Windhelm. Was gibt es hier? New Guinness Club. Hm. Nee, ist einfach nur eine Herberge, obwohl ich kann mir mal wieder... Äh, seit Ulfric das Sagen hat, ist es hier viel schlimmer geworden. Okay. Wenn ihr noch ein Getränk braucht, findet ihr... Haben wir nichts. Schade. Die Kälte in Himmelsrand ist nicht das Problem. Es ist der Gestank der Leute. Okay, vielleicht finden wir hier irgendwo noch einen Schmied oder sowas in der Richtung. Äh, hier nicht mehr. Ja. Könnt ihr eine Münze für eine arme alte Frau entspälen? Es ist so. Könnt ihr eine Münze... Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Äh, Palast der Konigin. Nee. Geschenk aus Nächstenliebe hinzugefügt. Ja, das ist doch mal schön. Aber haben wir hier noch irgendwas? Nö. Die arme Nilsine ist am Ende, seit ihrer Schwester ums Leben kam. Ich bin nicht mehr ganz die Alte, seit... Seit unsere Tochter von uns genommen wurde. Eine Schmiede. Ja, dann gib mal her. Na? Seelenklinge. Äh, nein. Erkdbogen. Nein. Nein. Okay, Stahlkolben. Nein. Spitzhecken. Nein. Stahlkix-Axt. Nein. Stahl. Nein. Stahlpfeile. Stahl. 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 Stahlzweil. Nein. Tut mir leid. Ob ihr eine Rüstung oder eine neue Klinge braucht, kommt einfach vorbei. Ich würde sagen, ich mach mal unsere neuen Sachen zu feinen Sachen. Denn... Das, was wir jetzt anhaben, braucht ja schließlich... ...auf was Neues. Aha, und das kann ich noch nicht machen. Deshalb habe ich auch die Wölfe und so weiter getötet. Damit ich mir Leder machen kann. Ja. 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 Was ist denn das hier unten? Travelers Bat-Roll? Kuhfell Lederstreifen. Traveller's Tent. Okay. Komm, gib mir noch mehr Leder. Viel mehr Leder. Oh. Scheiße. Ich kann ja... Ich brauche ja selbst Leder. Ich brauche ja nicht nur Lederstreifen. Ups. Hm. Ist jetzt dumm gewesen. Aber egal. Dann habe ich mir jetzt auf jeden Fall... Brauche ich mir mal einen Lederarm schieben. Mal... ...die mal fein. So bekomme ich... ...die frägt ganz aus der Nähe zu Gesicht. Zack. So. Das haben wir jetzt alles auf fein. Wunderschön. Und jetzt geht's ab zur nächsten Quest. Und die war... Äh... Karte. Ja. Wir müssten ja hier zurück nach... Nach, 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 nach. Da. Nach Flusswald. Gut. Gut. Aber... Ich habe natürlich... Während der Auf- oder Abseits der Aufnahme... Hier in der Gegend... Eine Mine... Oder von einer Mine gehört. In der ein Zauber ist... Der alles, was bei uns Silber ist, zu Gold macht. Ich glaube, da laufen wir mal kurz vorbei... Und holen da das ganze Silber raus. Und machen das Ganze zu Gold. Und gucken, was da rauskommt. Denn ich wette, da können wir irgendwas... Ähm... Sehr Nettes mitmachen. Na, jetzt haben wir wieder Ladezeiten. Ich Idiot. Naja. Egal. Denn... So, goldene Sachen sind doch gar nicht mal schlecht. Und vielleicht kann ich ja damit meinen Seelensteinen auch Sachen verzaubern. Ich weiß es noch nicht, aber... Ausprobieren können wir es ja. So. Ups. Nein, 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 nein. Gut, ist alles gut gelaufen. Wir bekommen ja keinen Schaden dafür, dass wir runterfallen. Liegt das vielleicht daran, dass wir die... Gute... Leichte Rüstung anhaben? Das kann vielleicht sein. Ich bin mir aber nicht sicher. So. Hier musste das irgendwo sein. Ähm, warte. Gibt mir mal nochmal die Karte. Okay, das dauert noch etwas, aber hier in der Nähe muss das sein. Laufen wir mal etwas in die Richtung. Durch den Nebel. Ich muss auf jeden Fall am Berg sein, sonst... Ähm, das ist ja unlogisch. Nee. Scheiß, Wolf. Ich gebe mir wenigstens meinen Pfeil wieder. Uh. Was Besseres. Schön. Was war das? Jetzt gehört ihr mir. Ihr hättet nie herkommen sollen. Oh. Wahrscheinlich habe ich gerade die falschen Leute auf mich aufmerksam gemacht. Ihr könnt euch von mir nicht verstecken. Doch können wir. Glaub ich. Zumindest sonst hätte ihr mich ja schon getötet. Aber das ist nicht das, was ich haben wollte, oder? Nein, ich möchte gerne eine Schmiede haben. Und, äh... Boah. Ähm. Ja. Egal, machen wir einmal das Lager hier. Kann ja nicht so schwer sein. Oder? Ja. Scheiß, Wolf. Oh, du bist scheiße, Wolf. Endlich. Uhu. Und wir haben eine neue Stufe. Puh. Na, du kannst es nicht mit mir aufnehmen, ja? Du kannst es überhaupt nicht mit dir aufnehmen. Einen Jagdbogen. Haben wir auch. Eisenpfeile. Eisendolch. Pelzrüstung. Nichts, was wir gebrauchen können. Der Typ ist leer. Da seid ihr ja. Bist ihr was? Ihr lauft los, und ich stehe euch in den Re. Seid ihr zum Sternenbeherrn? Uah. Kapp. Das ist euer Ende. Kapp. Nein. Eher deins. Kapp. Wow. Gut. Wo waren denn jetzt die ganzen Teile? Okay, die habe ich ja schon. Hier vorne ist noch eine. Heldenmut. Dann haben wir hier noch eine. Eisenpfeile. Wie schön. Haben wir hier noch einen mit Dietrichen Eisenpfeilen. Ja. Ne, die muss ich jetzt nicht unbedingt durchsuchen. Haben wir hier noch Eisenpfeile, Dietrichen und Gold. Gut. Ich möchte eigentlich nicht mehr schleichen. Da ist Fisch. Oh. Da kann man ja das komplette Lager entlang gehen. Äh. Äh. Tja. Dann würde ich sagen. Ich meine in der nächsten. Nein. Dieser. Ja. In dieser Folge noch das Lager. Komm. Wir müssen uns direkt hinsetzen. Damit wir nicht entdeckt werden. Bitte Ego Perspektive. Ich glaube, ich habe dummerweise das Schild getroffen. Sonst wäre er instant tot. Naja. Zumindest hat er meinen. Schönes Eisen. Schwert mitgenommen. Ha. Ha. Gehen zur Akademie, sagte Vater. Benutzt euren Verstand. Hat er gesagt. Woher sollte ich denn wissen, welche Akademie er gemeint hat. Gehen zur Akademie, sagte Vater. Benutzt euren Verstand. Hat er gesagt. Ja. Woher sollte ich denn wissen, welche Akademie er gemeint hat. Ist da jemand? Au. Fuh. Uuuh. Na. Vielleicht ist es vielleicht zu der Akademie der Baden gehen sollen. Haha. So. Aua. Äh. Wir wissen etwa ungefähr, wo es ist. Nein. Denn etwas höher. Ah. Nein. Etwas tiefer. Ähm. Da etwa. Ja. Schön. Oh. Den Hebel aktiviere ich jetzt erstmal nicht. Aber die Zaubertränke kann ich mitnehmen. Hier geht es nicht weiter. Gut. Hier haben wir noch eine Truhe. Ein bisschen Gold. Da geht es nach oben. Aber erstmal aktivieren wir hier den Hebel. Oh. Gut. Dann. Öffnen. Himmelsrand. Ab nach Himmelsrand. Äh. Wart mal. Wie kommen wir? Ei. Hier sind ein paar Zahnschuhe. Die sind zu schwer. Zu schwer. Gott. So. Und wie kommen wir hier jetzt raus? Okay. Das macht Sinn. So. Ähm. Ja. Ich würde sagen. Das war's für heute. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und dann bis zum nächsten Mal. 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 Und dann bis zum nächsten Mal.